Freunde, dann geht es jetzt wirklich los. Ich muss mal hier noch einmal die In-Ears auf Seite tun. Die hängen mir über den Chat. Ich bin aber tot. Warum machst du das? Weil ich gerade am Fliegen war. Und in dem Moment, bevor ich am Fliegen war, Connected to you und ich fall einfach nur runter. Oh, ich erwischt mich schon wieder dabei, dass ich... What the fuck? Der spielt nicht mit. Wollte ich gerade sagen, der ist doch gar nicht dabei. Nee. Also, wer eine Map von der Map braucht, ich spraye auch gerne gleich mal ein Logo auf den Boden. Dann könnt ihr aber orientieren. Ach, siehst du, Logo. Du bist gehomert. Das soll ich mal wieder vielleicht ändern. Wo geht es denn da runter? Also außer... Hau. Werd ich euch ja nicht sagen. Schönes Logo. Ja, ne? Man kennt es, ne? Passiert dich mal. Sie ist aus wie ein Pär. Hier ist ein Loch. Ja, das... Das dürftest du hören, bitte. Oh mein Gott. Aber da war die Leiter nicht. Ähm, nee. Das ist nicht schön. Oh. Wann? Guck mal da. Das ist ein schönes Logo. Das ist ein sehr schönes Logo. Ja, finde ich auch. Wie kommt man denn hier runter? Ach, da. Oh Gott, da. Irgendjemand ist runtergesprungen. Keksel, du musstest jetzt ein Einhorn daneben setzen. Ja, ja, ich muss auch kurz warten. Ähm... What? Wo, 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 da... Ich hab da raus. Wo geht's da raus? Oh, das ist so leck. Schlümpfen-Einhorn. Ach, man hat Licht. Ey. Oh, ihr leckt sie wie Sau. Irgendjemand ist gestorben? Ähm, ich werde hier gerade mit... Mit Disco-Frage-Warten. Wir wollen doch... Pixel! Elli. Bauna. One. Ja? Aus meinen Augen. Ach, dieses Spiel ist so schnell. Ich muss mich erst wieder dran gehören, ey. Oh, warte, Melode. Ach, ich muss mich erst mal... Die tun uns weh, die Roten da, ne? Wenn das Spiel so schnell ist, ist es bestimmt nichts für Max. Oh. Hahaha. Ja, nee, stimmt. Stimmt. Also schnelle Spiele sind nichts für Max. Oh, shit. Wer ist da unten? Tüte. Oh, da ist gerade jemand... Ja, die... Ähm... Was ist das? Gibt's doch gerade. Die sterben hier alle. Ja. Die fliegen aus diesen komischen Kugeln da raus. Welche Kugel? Was ist denn die Kugel? Oder fliegen sie aber alle unten, oder was? Oh. Von oben runtergefallen. Nee. Doch, ich sehe dich. Ja. Mag ja sein, aber... Na. Hier sind die ganzen Waffen also versteckt. Nein. Gott, dieses Spiel ist so brutal schnell. Wow. Meine Fresse. Äh, Elli, ihr habt doch Bild, oder? Was? Nee. Äh, nicht Elli. Lüdi. Ach. Viel zu viele. Lüdi. Boah. Ke slut. Kixél. Das sei denn, dass sich kein Sound hat. Ey, ich habe ne Glock? Komm die hier? Pixel. Kann das sein, dass irg Corinthians da und kommt? Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht? ich habe mal kurz raus ich schon mal nach ich habe ganz nur noch offen gerade nebenbei wollte ich ja weder explosionen noch sonst irgendwas das ist alles ganz leicht eingestellt deswegen ja mit so ja jetzt läuft mir hinterher ja also das ist die gute dame der wir die map hier zu verdanken mein lieber kicks vielleicht mal noch mal was dazu kurz sagen ich bin tot ich darf nicht sagen ja jetzt nicht da geht ja weiter dahinter geht nicht weiter ich möchte ich müde mich da wieder ich bin ja tot ich habe nicht gesagt und ist vorhin noch mal die melonen und so sorry jetzt hat sich ja wieder ausgeklicken krucker ich in das kleine warum jetzt kommt mir hinterher auch nie ja doch da kommt es alle wieder von unten hoch max tüte hat der tüte ist da drüben max da geht es nicht drunter ist mir egal was ist nichts ich kann ja nicht hier wird niemals rechte werbung stelle was okay ach das ist von dir 0 1 1 2 und amigas launch leicht hier was ist denn so wie wie viele träetoren haben wir jetzt drei also zwei weiß ich auf jeden fall pit war wohl einer habe ich jetzt gesehen irgendeinem hat mein mein schöner schlumpf nicht gefallen das war nur rache von vorhin also ach so okay ich dachte schon das labyrinth ist ja wohl sowas von scheiße wieso was ich verlaufen dann nie wieder raus ja das kann passieren ja da ist ein loch vollkommen korrekt was ist das hier eigentlich okay ja mit mit gerne in der hand was ich glaube ich bin öfter pup ist das hier eine leiter oder jetzt einfach mal runter und ich muss mal ganz kurz kein bild auf twitch das ist lustig auch gerne ja ich glaube die da unten auf die da unten steht wer da unter dem knopf ist f5 mal ich habe gerade geguckt also bin ich da einfach mal genau f5 einmal einfach mal drücken auch oft macht also du hast ja weiß wo wir sind weil die die leuchten julia das weiß du sagst mir jetzt bitte dass das dass das das traiter problem oder ist das der ding war ja wer ist denn hier noch seid ihr jetzt alle runter gegangen oder was ich fand in der reise aha max nein also ich wurde von oben geschossen nein und da unten liegen zwei mindestens zwei leichen die ich auf den ersten blick sie mag ja hast du eine sniper in der hand hast du mich fast weg gesnipert nein sicher ja bei der westlichen trug ich hau lieber ab wenn da so viele sind hau ich da lieber ab ich habe keinen bock zu sterben ja du bist die einzig vertrauenswinnige person diesmal weil du sonst ja immer trader bist habe ich ja eben schon in ganz zeit gesehen kann man da da kann man auch da hinten schnitzel ja du da durch die gegend eine smoke was machst du da ich guck mal gerade wir runter gefällt irgendwie nee dann bleibe ich nein ja da ist noch einer runter gestürzt hört mich jemand ja anscheinend hört mich gickseln hallo plan ja das weiß ich schon und lagen komischerweise auch ich sage mal wenn ich wieder sprechen darf 20 minuten später also ich weiß ja nicht wie weil der die zeit läuft aber 20 minuten sind bei mir ein anderer zeitraum in-game-zeit wer es auch immer war wer was auch immer war der auf mich geschossen hat nicht warte paula paula warte warte ich hab dich in dem moment gesehen Vielen Dank. Vielen Dank. Weil ich war da als Traitor da oben. Ja gut, dass ich die Granate habe noch fallen lassen. So, kleine Info mal bei mir an den Chat-Ausrufezeichen Multi. Dann habt ihr nämlich alle die... Was ist für ein Knopf? ...die am Streamen sind. Da habt ihr... Kommst du den Multi nochmal in das TS irgendwo reinbattern? Wollte ich vorhin schon? Ich habe keine Schreibeberechtigung. Achso. Ja, es ist nicht ganz so schlimm. Ich habe noch... Ich habe noch ein Multi... Ich habe noch ein Multi-Ding drin. Ne, kickst du? Wir haben ein kleines Problem, oder? Äh, warum? Los? Hä? Oh nein! User, join your channel. Morgen. Oh, hi Mr. Sebi. Also für die Mime-Chat, ihr könnt Ausrufezeichen Multi öffnen. Da werden nicht unbedingt alle die, die hier jetzt streamen, mit bei sein. Aber das können wir ja auch so machen. Sind nur vier. Schnitzel wird dabei sein, der streamt jetzt auch. Ja, ich habe jetzt ganz frisch angefangen mit Streamen. Ja, das ist mein Lehrling. Ich auch. Hey, Ellie, dir vertraue ich. Hallo. Du sollst nicht runterspringen. Ja, äh. Ich def dir den Rücken. Wäre vielleicht besser. Oder etwas mehr Platz schaffen hier oben drin. Oder du defst mir den Rücken. Ja, das ist die Frage. Sind hier oben in dieser Kugel Spawnpunkte, Lydia? Oder, ähm, wie verstehe ich das? Nein, da wirst du hin teleportiert. Ja, aber wann? Mr. Sebi? Wenn du zwischen zwei solchen Dingen durchgehst, und da wirst du hin hochtelefonieren. Hey, Gabriel, du hast keine Waffe. Ich will ja nicht in meiner Hand haben, ne? Da oben das Laden. Wo bin ich denn gerade lange? Wo bin ich denn? Ich bin hier. Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, hier, seht ihr das? Hast du jetzt irgendwo den Multilink zufälligerweise? Ähm, ja, bei mir im Chat. Gut. Wotrf, wo, wo, wo bin ich denn jetzt? Also, Mr. Sebi ist gerade anscheinend sehr atrozid gefällig. Du stehst am Rand und guck runter. Ich mag nicht mehr. Erstens nicht meine, meine Entscheidung. Deswegen kann ich dir dazu nicht viel sagen. Das ist das. Musst du anfragen. Was? Hm? Was? Was ist das? Max? Kein Pad. Max? Kamer da rein. Ja? Weißt du, was das ist? Drei, sechs. Da kommen welche rote Punkte. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab einen Pool. Wenn ich da rübergehe, spawnen dann irgendjemand oben. Das wärs natürlich. Tüte, okay. Kannst mal halten. Da ist Pit. Oh, irgendjemand hat mich anschossen. Hi, hi, hi. Odin? Aber ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Hi. Komme ich hier raus? Max, Max, Max. Was willst du da raus? Pit, Pit, Pit. Jürgen, jemand hat auf Pit geschossen. Lilly, 97230, schönen guten Abend. Bolin war's. Schönen guten Abend, danke dir für dein Follow und danke dir auch für dein Horstie. Pit, du bist tot. Wo zum Geier, wie komme ich hier raus? Man sollte das hier echt mal ein bisschen signalisieren. Lüdi, hier fehlen ganz dringend Hinweisschilder, so Ausgang oder irgend sowas. So ein roter Fahnen, der irgendwo landläuft. Nein, ich war gerade bei dir im Chat. Also, Elli vertraue ich. Elli ist die Deckung. Gabriel ist bei mir im Chat. Gabriel guckt nach, wie ich spiele. Gabriel ist bestimmt... Nein, ich habe Multimil rauskopiert, mehr nicht. Ja, ja. Ja, guck doch. Ach, da geht's raus. Außerdem heißt es ja nicht... Ich bin da schon wieder weg. Ich habe sogar geschlossen. Außerdem heißt es ja nicht, wenn er bei dir im Chat ist, hätte er auch deine Videos guckt. Achso. Kommt bitte irgendjemand hier rauf und leistet mir Gesellschaft? Wie, was? Ich hänge oben in der Kugel fest. Ist schön. Ich versuche mich, hier überhaupt zurechtzufinden. Los, halt auf die Kugel schießen. Jagst mir noch eine Kugel im Arsch. Timmy, du kannst hier nicht mal rausschießen. Nee, kann man keinen rausschießen. Du kannst hier nicht mal rauskommen. Du fließt ja so aus, wenn der nächste reinfällt, oder was? Schnitzel. Hä? Echt jetzt? Dreh dich um. Ach hier, warte mal. Danke. Nein, Lydia. Nicht. Los nicht. Vielleicht sogar. Also das Labyrinth ist echt mies, ey. Wollte ich schon sagen. Ja, Kekseln hätte er dann nie bekommen da oben. Was, echt? Gibt's ja nicht. Da hängst du da oben mit drin. Ich fand das so geil. Ich hab eben auf Keksel die Kamera gemacht und konnte mich nicht mehr vor lachen. Aber jetzt hab ich's gesehen. Da sind wirklich Punkte am Boden. Wenn man da drüber läuft, die flackern so ein bisschen. Wenn du da drüber läufst, wird's hochpäppeliert. Das hab ich nicht sehr wenig gesehen. Okay. Ach, so funktioniert das. Guckt, wo ihr hinlauft. So funktioniert das. Guckt, wo ihr hinlauft. Ja, oder auch nicht. Bin ich da irgendwann mit Keksel oben? Na ja, und dann ist es wieder Traitor. Oder ich. Mase. Ach. Oh, mein Buch ist so ewig lange da zu den Waffen hin. Ich will doch nur eine Waffe haben, eine Waffe haben. Oh. Oh. Ich habe eine Waffe. Kacken? Was? 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 Was Kacken? Hier steht Kacken, Kreis. Im Traitor-Raum war... Ist das nicht Pitys Bild oder wem sein Bild war denn das? Nee, Traitor-Raum war, glaube ich, doch keiner. Gibt's denn Traitor-Raum? Ich weiß nicht, was du meinst. Hier gibt's einen Traitor-Raum? Das ist die Frage, die mir reißt. Hä? Vermute mal hinterm Kopf. Da ist gerade jemand drunter gefallen. Wer hat sich da gerade ein Aua gemacht? Bestimmt Gabriel ist so, wie der lacht. Nee, ich habe es nur gesehen, wie da einer rausgefallen kam. Boah, der sieht schön aus. Nee, ich war nur derjenige, der den heruntergeschubbt hat. Du mit zwei, ha? Aha, Max kommt da runter. Kann man ihn schubsen. Oh Gott. Vorsicht, da geht's runter. Was habt ihr gesagt? Wer ist jetzt tot? Äh... Güte. Güte. Aua. Vorsicht, da geht's runter. Und Kekse ist runtergefallen. Kekse ist runtergefallen. Nehm davon aus. Wenn man wenigstens einen Fallschirm hätte, ne? Wie komme ich hier jetzt wieder weg? Wurde gerade jemand ermordet. Die eine Sniper-Schuss... Da hat was Boom gemacht. Ich habe eine Melone aus dem Fenster geworfen. Paula? Ja? Die machen aber alles keine Melonen. Ich gehe mal nicht mit dir mit. Run, auf wen schießt du? Auf die Melonen da unten, weil ich da jetzt lang will. Das war aber auch hochinteressant. Ich schmeiß tatsächlich eine Melone zum Fenster raus und plötzlich explodiert's. Da liegt die Tüte. Die hat Boom gemacht. Hallo Paula. Hi. Du bist doch Detective, ne? Ich? Ne. Wer ist Detective? Wer ist denn gerade an mir vorbeierlaufen? Hallo an. Schieß bloß. Schieß bloß nicht auf die Melonen, du. Warum explodiert? Machen die Boom? Wer, wer... Hier liegt einer, meine. Hier liegt einer? Oh. Ähm. Ich weiß nicht, wer mich vertraut. Äh, Schnitzel. Ich hau mal ab. Aber Schnitzel, du hast eine Technik-Pitsche auch. Ich vertraue, ich vertraue Paula nicht. Pit ist der Erste, der mich überhaupt mal umgebracht hat. Ja. Paula ist immer Twitter. Ja, immer. Da hinten liegt noch jemand. Hier liegt jemand, aber ihr lauft, stand der Gnob. Auf mich war geschossen. Schnitzel ist zu lecker. Hä? Wer ist da oben? Wo bist du denn, Schnitzel? Wer ist das? Pit, glaube ich. Ja, Pit. Wo bist du denn? Du bist dann immer lieb. Ja, dann kann ich dir auch nicht sagen, wer da oben ist. Pit hat auf mich geschossen. Ich kann das nicht anschauen. Ich liebe meinen Schnitzel. Aber wir wollen jetzt nicht pervers werden, ja? Schnitzel in Rahmensauce. Kennst du doch. Danke, Lahn. Und wo? Lahn hat gerade hier so ein bisschen rausgeragt mit seinem Kopf. Ja, Pit hat sich gedacht, komm, wieso hast du mich nochmal erwischt? Das geht gar nicht. Ich habe dich danach erschossen. Das geht weg. Das stimmt, wenn wir es nicht sagen, ob wir haben, Peter, weil es interessiert kein Schwein. Nee, Kiexel ist nicht. Ich kann irgendeinen Trick, wenn man seinen Mauszeiger... Ach, jetzt geht's wieder. Ich konnte nämlich irgendeinen Mauszeiger und konnte nicht mit dem Mauszeiger mehr lenken. Okay. Das ist aber auch, Kiexel, das ist aber auch das Problem, wenn du... Oder was heißt das Problem? Das ist aber auch der Punkt, wenn du so viele Spiele hast, dann geht sowas auch ganz schnell unter. Also eigentlich haben es die Trader da leichter. Nicht, weil sie mehr sind, sondern weil viel untergeht. Aber als Innozenz hast du ja so viel Versteckmöglichkeiten, da findet ihr die Trader... 1, 4, 5, 6, okay. Also so 2, 3 Waffen mehr als Trader wären gar nicht so verkehrt. Ansonsten nur super. Im Preparing-Modus kannst du keine Granaten schmeißen. Du kannst nur Granaten schmeißen, wenn das Spiel losgeht. Das ist ja doof. Ich habe gar keine Granate. Ich habe gar keine Granate. Ich habe gar keine Granate. Oh, aber. Aber eine vernünftige Waffe. Ja, wir sind noch Preparing. Ja, huch. Huch? Komm, alle, vorbeisegeln. Ja, huch. Wo kommt echt hin? Hier jetzt. Wir sind dort die Teck. Ah, okay. Echt? Da hinten haben wir Kickel. Den haben wir denn da. Mr. Sebi. Schnitzel. Ja. Ich sehe, dass du da oben schon wieder einen heißen Fett bratest. Heißen Fett. Was mache ich? Du bratest den heißen Fett da oben. Ja. Ah, One ist Detektiv. Ja, ich wollte nur mal gerade gucken, wer Detektiv ist. Aber was mir jetzt erst genau auffällt, ich weiß noch nicht. Da. Da. Dir kann ich wenigstens den Rücken zu drehen. Aha. Okay. Willst du einmal bitte schießen? Was? Willst du bitte einmal schießen? Es gibt keine Babygun. Nichts? Ist mir egal. Oh, ich habe Schaden hier noch. Max, bitte einmal schießen. Ja, überall explodier mich. Pass auf. Schieß doch nicht auf mich. Aber ich weiß nicht, ob ich... Du bist es doch, oder? Ey, Tüte hat auf mich geschossen, ja? Ich habe mich nur gewehrt, weil du auch Tüte geschossen hast. Habt man mit, ob der Traitor? Ja, du war Traitor und Tüte war nichts. Tüte war nichts? Naja, halt immer meine Gefühle. Es ist nur... Ich bin da oben. Dass ihr gleich ansprachen fühlt. Ja, natürlich, weil sonst niemand hier oben ist. Kann ja bloß ich sein, der gewinnt. Halt bis hier jemand auf an. Hä? Hallo, Mann? Ja, wie... Ja, ich zu dir. Ja, ich zu dir. Ich bin mit meiner Maus schon wieder los. Oh Gott, wie macht ihr zwei denn hinter mir? Der Maxe? Der Maxe? Na? Mal wieder Faxe. Die Elli? Okay. Hallo. Hallo. Servus. 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 Du kriegst Besuch oben, Schnitzel. Hallo, Katrin. Hallo, Pit. Du bist bei mir? Pit gehört zum Sniper-Troop. Ron, Gabriel. Sind ein Tüter-Güterlich-Elli? Ja, Lahn ist da noch, okay. Ron, komm mal hoch. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Tüks. Servus, Tüks. Wofür sind jetzt diese Knöpfei auf dem Boden? Weißt du das hier mal? Ja, ohne Funktion. Ist eine Funktion, die nicht fertig ist. Hallo, Paula. Das ist die Sicherheit für mich, damit ich dann nicht für die ganze Zeit rumspiele. Ja, deswegen wurden die extra ohne Funktion eingebaut. Ich habe mal die Map auf die Karte gezeichnet, wer eine Orientierung braucht, da hinten. Ist die Map auf die Karte gezeichnet? Mein Logo ist ja... Das Logo, was ich auch spraye, ist die Map dann quasi. Ah ja. Ja, Brähe. Dafür müsste er gleich erschossen werden. Das ist Spoiler nennt man sowas, ne? Spoiler Alert. Hallo. Hallo. So, Ellie leuchtet in der Run, halt. Dann nehmen wir eine mit den Kruppensüberziehen, oder was? Hä? Ne. Disco. Helan. Hallo, den. Tut's wieder. Hä? Hallo, Gabriel, der so zielt. Wer ist da gestürzt? Ich weiß nicht, ich habe ihn nur fallen sehen. Das war so, run. Mann, ist der nicht gut? Du bist so ganz blau. Ja. Wer hat ihn gewählt? Der schießt bei euch an. Ellie. Ellie. Nein. Doch, ich habe es gesehen. Bruder, gar nicht wahr. Ich habe es gesehen. Ach, Gabriel. Gabriel vermisst das Ding mal unten. Wenn einer davon... Also Ellie oder was auf jeden Fall? Ellie definitiv. Okay. Die ist tot, falls ich sie sehe. Ich glaube, ich sehe sie da hinten. Äh, Paula, würdest du mal kurz konfirmieren? Gabriel. Gabriel ist auch. Gabriel auch. Also Pity war... Wie war sie? Ah! Okay, Gabriel ist da. Mit einer Shotgun. Ja. Hä? Achso, ja. Das war Ellie. Die war hier oben noch gestanden. Ja. Irgendjemand steht vor dir. Ja, das finde ich. Keine Ahnung. Also Schnitzel, dir vertraue ich. Du hättest mich vorher nämlich schon längst abknallen können. Richtig. Max ist ein bisschen... Max hat Gabriel gerade erschossen. Max hat mich erschossen? Ja, auf mich wird geschossen. Auf mich wird geschossen. Auf mich wird geschossen. Hallo, Paula. Warum schießt du auf Max? Ja, du hast doch gerade gesagt. Max hat Gabriel erschossen. Ja. Der war Trailer. Oh, schade. Aua. Oh. Alter. Also... Hatte mir gefehlt, dass Gabriel Traitor war. Vier Traitor, ey. Der Zeit wurde knapp. Ich musste leider schießen. Das ging nicht mehr anders. Ach, Kickstar. Wie, das sehe ich immer alle gegenseitig am Ende. Ellie, das hättest du eben so machen müssen. Ich weiß. Trau dich, du kannst es doch. Obgall, ich stehe oben mit Schnitzel auf einmal. Boom, dann heißt Ellie, Ellie, Ellie. Ah, Kickstar. Der Kickstar hat eben Bart genommen.